Hallo und herzlich willkommen zum Studi-Podcast der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Ein Podcast, für den sich Studierende im Rahmen ihres Studiums Konzepte überlegen und selbst vors Mikro treten. An der TH Aschaffenburg wird nämlich Praxis großgeschrieben. Hands-on in die Zukunft. Du findest hier Themen rund um die Studienwahl und das Studium selbst. Interessant also für Studieninteressierte und Studierende aus erster Hand zu hören, was hier möglich ist und wie es an der THAB so läuft. Also, genug von mir, lassen wir die Studierenden sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Studi-Podcast. Mein Name ist Paula und ich sitze hier zusammen mit meiner Studi-Kollegin Annika und dem Professor Dr. Döring. Professor Dr. Döring lehrt im Studiengang Internationales Technisches Vertriebsmanagement, was bei uns mit ITV abgekürzt wird. Er wird uns heute einige Fragen zum Studiengang beantworten. Ich würde dann gleich die erste Frage stellen. Hallo Herr Professor Dr. Döring. Können Sie uns eine kurze Einführung in den Studiengang geben und erklären, was ihn einzigartig macht? Ja, für mich ist unser Name hier schon Programm Internationales Technisches Vertriebsmanagement. Wir haben eine sehr interessante, ausgewogene Mischung einmal aus Internationalität, also Sprachen, dann Technik, die technischen Grundlagenfächer und vertriebslastigen Fächern, also Betriebswirtschaft. Diese Mischung macht das eigentlich sehr schön und das ist auch das, was im Unternehmen gebraucht wird. Man braucht diese Brückenbauer zwischen der Technik und der Wirtschaft. In diesem Studiengang bilden wir dann vom ersten Semester an für den technischen Vertrieb aus und technischer Vertrieb, das sind diejenigen, die hinterher von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen technische Produkte verkaufen. Also nicht den Verkauf an den Endkunden, sondern zwischen Unternehmen, man sitzt professionellen Einkäufern gegenüber. Ja, und da fangen wir im ersten Semester an mit dem ersten Angebot, was dort erstellt wird und das zieht sich dann durch die nächsten Semester durch. Sehr interessant. Haben Sie Beispiele von diesen technischen Produkten? Ja, ist die Frage, was wir ausbilden. Wir haben jetzt in diesem Semester wird eine Zimmersonnenuhr von den Studierenden konzipiert und ein entsprechendes Angebot erstellt. Ich habe aber auch, als ich dieses Fach gehalten habe, andere Beispiele gehabt und zwar ein großes Prisma. Sie wissen ja vielleicht, dass in Aschaffenburg eine U-Bahn gebaut wird und an der U-Bahn-Haltestelle Hochschule gucken die Studenten und Studierenden immer nur auf ihr Handy und deshalb wird dann die Anzeige unten auf den Fußboden mit einem großen Prisma projiziert, also Zug fährt ein und dieses Prisma sollten die Studierenden dann dort ein Angebot erstellen und verkaufen. Ja, also B2B eher im Bereich. Eindeutig B2B. Ja, okay. Welche speziellen Voraussetzungen gibt es, um den Studiengang antreten zu können? Das Wesentliche ist, dass man motiviert ist, dass man sich für ein Fach begeistern kann, dass man oder gerade die, wer jetzt gerade aus der Schule kommen, sich an das Studium gewöhnen. Sein Studium ist was anderes als Schule. Ich glaube, das sind die Hauptvoraussetzungen, damit es dann hinterher gut klappt. Welche Projekte oder Schwerpunkte gibt es, die besonders spannend sind? Also wir haben im Studiengang in den höheren Semestern zwei Schwerpunkte. Einmal den Schwerpunkt Vertriebsmanagement, ein deutschsprachiger Schwerpunkt, der sehr auf Vertrieb ausgerichtet ist und einen Studiengang, einen Studienschwerpunkt International Sales, ein englischsprachiger Studiengang, den wir mit der Schwesterfakultät Wirtschaft und Recht zusammen machen und dort sind auch viele ausländische Gaststudenten dabei. Das sind die beiden Schwerpunkte. Aber ich glaube, was unseren Studiengang besonders auszeichnet, ist das Auslandsstudium, ein verpflichtendes Auslandssemester. Man kommt also nicht drumherum und das kann entweder als Auslandsstudium an einer Partnerhochschule durchgeführt werden oder als Auslandspraktikum bei einem Unternehmen im nichtdeutschsprachigen Ausland. Wie sehen die typischen Lernmethoden und Prüfungsformate aus? Gut, in den ersten Semestern in dem Grundstudium sind es klassische Vorlesungen und Prüfungen, dann Klausuren. Es ist aber nicht nur so. Wir haben auch im ersten Semester schon Veranstaltungen, wo es dann um Teamarbeit geht, um Referate, um Hausarbeiten. Und das verstärkt sich dann in den höheren Semestern immer mehr, dass, sagen wir mal, im letzten Semester man praktisch nur noch Vorträge und Hausarbeiten hat. Welche Karrieremöglichkeiten stehen den AbsolventInnen offen? Gut, wir bilden vom ersten Semester für den technischen Vertrieb aus und zwar für den internationalen technischen Vertrieb und die meisten Absolventen landen auch dann dort. Wir haben eine Untersuchung gemacht, wir haben eine Umfrage und da hat sich herausgestellt, dass unsere AbsolventInnen doch recht schnell Karriere machen und ich sehe es auch auf LinkedIn oder auf Xing, wenn man so die Karriere verfolgt und ich habe wieder einen neuen Job oder ich bin eine Stufe höher gerutscht, dass es doch sehr schnell geht und man kann im Vertrieb auch sehr gut Geld verdienen. Ja, das ist eine der interessanten Sachen hier, was ich auch immer im Vertrieb und ich war selber viele Jahre im Vertrieb tätig, interessant finde, dass man sich doch sehr, seine Zeit sehr frei gestalten kann. Gut, man muss hinterher die Auftragseingänge bringen und man hat Kundentermine, aber über den Tag kann ich mir das frei gestalten. Dann fahre ich auf Messen, bin in interessanten Städten oder in anderen Ländern. Ich habe Kundenbesuche durchgeführt in den verschiedensten Ländern, in USA, in China, in Indien und das habe ich immer sehr genossen. Das heißt, man ist dann entweder Freiberufler, selbstständig oder doch angestellt? Eigentlich in den meisten Fällen angestellt. Und dann geht es die Karriereleiter ziemlich schnell nach oben. Im Vertrieb gibt es aber viele kleine Stufen, dass man dann vom Außendienstverkäufer dann Key Account Manager werden kann bis zum Vertriebsleiter oder oft auch noch höher steigen kann. Denn hier haben wir doch von der Ausbildung her immer sehr breit. Wir haben das technische Grundwissen, wir haben das betriebswirtschaftliche Grundwissen und die Sprachkompetenzen, die interkulturellen Kompetenzen. Das ist eigentlich eine sehr spannende Kombination und eine gute Einstiegsmöglichkeit in eine Karriere. Oft haben unsere Absolventen auch schon, bevor sie überhaupt fertig sind, einen Job. Also zumindest ein Jobangebot. Und dann sitzen sie bei mir und sagen, jetzt müssen wir die Bachelorarbeit aber fertig machen. Ich habe schon den Vertrag unterschrieben. Aber das gilt nur, wenn ich den Bachelorabschluss dann auch erfolgreich durchgeführt habe. Wie würde dann so ein Arbeitsalltag aussehen im Vertrieb genau? Also was sind da so die einzelnen Tätigkeiten? Also es ist eine Mischung. Also ich sage immer, Vertrieb ist People's Business. Also von Mensch zu Mensch verkauft man. Und das heißt, es ist auch ein hoher Reiseanteil dabei. Man besucht seine Kunden oder die Kunden kommen ins Haus, ins Unternehmen. Und dann hat man natürlich auch etwas Papierkram zu tun. Man muss Besuche vorbereiten, man muss sie nachbereiten, Berichte schreiben, man muss Angebote erstellen, Liefertermine nachverfolgen. Und das, was mir immer am meisten Schwierigkeiten gemacht hat, war der Kampf im Unternehmen. Dass ich den Produktionsleiter überzeugen muss, dass er das produzieren soll, was der Kunde genau braucht. Und das im richtigen Zeitfenster. Also diese Diskussionen sind oft immer sehr spannend gewesen. Teilweise werden Vorlesungen auf Englisch gehalten. Wie laufen die ab? Welche Englischkenntnisse braucht man da? Also Schulkenntnisse reichen. Ich fange im ersten Semester an. Würden Sie jetzt vor mir sitzen? Erste Vorlesung, erster Tag an der Hochschule und ich sage, good morning, my name is Professor Döring. This lecture is in English. Dann gibt es sehr große Augen, weil die meisten wissen das ja vorher schon. Aber nach drei, vier Wochen, glaube ich, kriegt man überhaupt nicht mehr mit, ob der Professor da vorne Deutsch oder Englisch redet. Das ist eine der Stärken von unseren Absolventinnen und Absolventen. Sie können alle gut englisch und das ist eine zwingende Voraussetzung auch hinterher im Beruf. Und sie können sich gut präsentieren. Das üben wir auch von Anfang an über viele Vorträge, auch in den Übungsgruppen, dass sie dann dort Aufgaben vorrechnen. Wenn dann noch ein gesundes Selbstbewusstsein dazukommt, ist das eine sehr schöne Sache. Vielleicht eine kleine Anekdote dabei. Ich war bei einer Einweihung von einem großen Teleskop in China. Ein großer Saal, 500 Chinesen, zwei Europäer. Der eine war ich und der andere den Fotografen, den ich dabei hatte. Und ja, und da muss ich dort eben einen Vortrag halten. Aber ich glaube, da muss man mit Selbstbewusstsein rangehen und dann klappt das auch. Wie sind die technischen Fächer aufgebaut? Können Sie hier eventuell einigen StudentInnen die Angst nehmen? Also es baut immer auf Schulkenntnissen auf. Wir bleiben in den technischen Fächern meiner Sicht doch recht oberflächlich. Aber im Vertrieb muss man auch in die Breite gehen können. Wenn man wirklich Spezialprobleme hat, dann hat man die Fachleute aus der Entwicklungsabteilung, aus der Forschungsabteilung dabei oder Anwendungsingenieure. Im Vertrieb ist man ein Problemlöser. Man muss erkennen, wo das Problem liegt und dann auch auf Augenhöhe mit dem Kunden diskutieren können. Also wir haben jetzt im ersten Semester unterrichte ich auch die Optikvorlesung auf Englisch. Ja, dann haben wir Mathematik. Mathematik ist die Sprache der Ingenieure und Ingenieurinnen und ohne Mathematik geht es nicht. Wobei ich immer sage, Mathematik soll es erleichtern. Auch wenn die Formel kompliziert aussieht, aber wenn ich das mit Worten ohne Zahlen, ohne Formeln beschreiben müsste, wäre das noch viel, viel schlimmer. Und dann geht es weiter. Im zweiten Semester ist es eine Maschinenbauvorlesung, also eher Mechanik, die Biegung von Balken, wie eine Brücke aufgebaut ist und wie ein Fachwerk aufgebaut ist, solche Sachen. Und im dritten Semester haben wir dann Elektrotechnik. Die technischen Vorlesungen sind alle auf Englisch. Wir gehen da aber sehr langsam voran. Ja, weil ich weiß, dass ich, wenn ich das auf Deutsch unterrichten würde, wäre ich wahrscheinlich ein Drittel schneller im Vorlesungsstoff. Aber wir machen das auf Englisch. Ich gehe immer auf Fragen ein und das ist mir schon wichtig, dass unsere Studierenden das dann verstanden haben. Dass ein Auslandsjahr oder ein Auslandssemester notwendig oder verpflichtend ist, sagten Sie ja schon bereits, aber muss man sich darauf vorbereiten oder inwiefern sollte man sich darauf vorbereiten? Also wir haben die beiden Optionen. Einmal ein Auslandssemester an einer Partnerhochschule, wird oft in Finnland gemacht. Da haben wir auch ein interessantes Programm, ein Double-Degree-Programm. Dann geht man ein Jahr nach Finnland, studiert dann dort, das Jahr wird auch voll anerkannt und dann kriegt man hinterher zwei Abschlüsse. Man kriegt einen finnischen Abschluss und man kriegt einen deutschen Abschluss aus Aschaffenburg und den finnischen aus Turku. Und ich habe jetzt auch gerade wieder Kontakte zu Unternehmen gehabt und die waren so begeistert davon, dass wenn jemand studiert hat und er hat in der Zeit zwei Abschlüsse, dann ist das ein deutlicher Vorteil bei der Einstellung. Das ist das Auslandsstudium, aber unsere Studierenden waren auf allen Kontinenten. Na gut, nicht ganz, Antarktis nicht, aber Australien, Südamerika, in den USA, Mexiko, haben wir auch eine Partnerhochschule, in den europäischen Ländern, in Asien. Gut, das ist das Studium und Praktikum. Und ich empfehle sogar meist ein Auslandspraktikum zu machen, weil das sich etwas leichter in den Studienablauf einfügt. Wenn ich ein Auslandstudium mache, habe ich vielleicht doch nicht all die Vorlesungen, die ich brauche und muss dann noch was nachholen und wenn das antizyklisch ist, bringt das den Ablauf manchmal etwas durcheinander. Beim Auslandspraktikum muss man sich eben recht früh bewerben, muss sich intensiv drum kümmern. Und oft sind es deutsche Unternehmen, die im Ausland Vertretungen haben, dass man auch Vorstellungsgespräche dann hier haben kann. Und ich hatte neulich den Fall, eine Studentin, die war dann ganz verzweifelt, sagte, ich habe schon über zehn Bewerbungen oder vielleicht schon 20 geschrieben und immer nur Absagen gekriegt. Ich habe gesagt, wären Sie doch mal früher zu mir gekommen. Wir haben einen Mitarbeiter, der auch Auslandspraktikum gemacht hat und der hat dann bei seiner Firma angerufen und am nächsten Tag hatte sie den Praktikumsplatz in Schweden. Und sie ist sehr glücklich, weil da wird die Wohnung gestellt, die Reisekosten werden bezahlt. Sie kriegen ein recht gutes Gehalt, Praktikantengehalt und haben Urlaubsansprüche. Und sie hat jetzt neulich sehr schöne Fotos geschickt aus Schweden, ist allerdings etwas kälter im Augenblick. Das kleinste Übel. Wie hoch ist der praktische Anteil im Studium? Ich hatte gesagt, wir bilden für den Vertrieb aus und damit fangen wir im ersten Semester an. Wir haben im ersten Semester das Fach Vertriebsingenieurwesen und hier müssen unsere Studierenden dann schon das erste Angebot erstellen. Ein kleines Angebot. In diesem Semester geht es um eine Sonnenuhr, aber eine, die im Zimmer sein soll und nachhaltig sein soll. Das ist, glaube ich, schon eine sehr anspruchsvolle Sache. Aber gut, ich glaube, keiner wird sich eine Zimmer Sonnenuhr irgendwo hinstellen. Aber es sind hier oft optische Themen, die dort behandelt werden, weil wir im ersten Semester eben auch die Optikvorlesung ja haben. Dann geht es weiter. Im zweiten Semester gibt es eine internationale Projektwoche. Eine Woche, wo unsere Studierenden von Dozenten aus dem Ausland unterrichtet werden und in Teams dann Projekte bearbeiten. Die Teams sind sehr gemischt. Auch da haben wir viele ausländische Gaststudenten, die dann für diese Woche nach Aschaffenburg kommen oder die eben in Aschaffenburg jetzt ihr Auslandssemester machen und dann dort teilnehmen. Das zieht sich dann durch fast alle Semester durch. Im vierten Semester haben wir das Fach Projektstudie. Da wird ein sehr umfangreiches Angebot erstellt und ich mache regelmäßig dann ein Angebot aus dem Raumfahrtbereich, weil ich vorher im Raumfahrtbereich tätig bin. Und das ist eine sehr eklige Sache. Da gibt es viele Formalismen, die beachtet werden müssen. Ein ganzer Ordner von Dokumenten, die dann im Team erstellt wird. Die Firmenvertreter, denen ich davon erzähle, sind immer alle sehr begeistert und sagen, das müssen wir sonst den Neulingen immer erst beibringen. Und ich sage, es ist besser, wenn sie so ein großes Angebot an der Hochschule machen unter Betreuung eines Professors und nicht in ihrem ersten Job in der Probezeit. Wenn das nämlich schief geht, dann sind sie vielleicht ihren Job gleich wieder los. Also von daher unter Betreuung. Am Anfang ist es recht hart, weil das eben auch viele Ausschreibungsunterlagen sind. Aber hinterher erhalten wir tolle Ergebnisse und ich bin damit sehr zufrieden. Das zieht sich dann durch. Bis im Schwerpunkt International Sales haben wir ein Fachfall- und Projektstudien, wo unsere Studierenden sich ein Produkt ausdenken müssen, mit internationalem Bezug und dann einen kompletten Businessplan dazu ausarbeiten. Dann haben wir praktisch alles dabei, von sehr einfachen Standardangeboten bis zu komplexen Angeboten oder die Ausarbeitung eines Businessplans. Und jetzt diskutiere ich gerade mit einem der Teams, ob wir das nicht umsetzen und mit unserem Venture Lab das kommerzialisieren. Aber sie haben noch ein bisschen kalte Füße, weil das würde auf eine Firmengründung hinauslaufen. Muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr unterstützen. Das wäre doch cool. Genau. Und warum sollte man hier in Aschaffenburg studieren? Also was hebt diesen Standort jetzt von anderen ab? Ja, sie studieren ja auch in Aschaffenburg. Sie haben da die richtige Wahl getroffen. Einmal ist es in der Mitte Deutschlands im Rhein-Main-Gebiet. Man hat also die Kultur, die Städte. Frankfurt ist nah. Dann halte ich Aschaffenburg für eine schöne, übersichtliche Stadt. Man ist dort nicht verloren als Studierender. Man kann alles zu Fuß machen. Wir haben, behaupte ich jetzt mal, den schönsten Campus in Deutschland. Und das ist wirklich ein sehr schöner Campus. Es ist überschaubar. Es ist konzentriert, dass man nicht durch die Stadt laufen muss von einem Ende zu anderen, um zur Bibliothek oder zur Mensa zu kommen. Wir sind auch nah an der Innenstadt. In anderen Städten haben sie die Hochschulen, die Universitäten dann an den Stadtrand gesetzt. Und man muss dann lange mit dem Bus fahren, bis man dort ist. Das ist für mich ein deutliches Plus für Aschaffenburg. Auch die Wohnungssituation ist nicht so kritisch, dass man hier WG-Zimmer, Studentenwohnheimzimmer findet. Was in anderen Städten hört man, ich habe es nicht erlebt, aber dass sie dann in Zelten übernachten oder dass sie Mini-Zimmer zu deutlich überhöhten Preisen kriegen. Das haben wir in Aschaffenburg, denke ich, gut gelöst. Gibt es besondere Herausforderungen oder Ratschläge, die Sie den Studierenden von ITV mit auf den Weg geben möchten? Gut, eigentlich jedem Studierenden. Ich glaube, ein Studium zumindest an unserem Typ Hochschule für angewandte Wissenschaften, da ist es die Selbstmotivation, dass man studieren will, dass man motiviert ist. Dann ist es Selbstorganisation, dass ich meine Fächer, meine Unterlagen in Ordnung habe und Selbstdisziplin. Ich muss mir eben den Wecker stellen, auch wenn die Vorlesung morgens um acht anfängt. Ist auch für Professoren hart, muss ich auch sagen. Aber das sind die drei Punkte, auf die es für mich ankommt. Und dann sich auf das Studium einlassen. Ja, sowas wie Übungsaufgaben rechnen, in technischen Fächern zu den Vorlesungen hingehen. Auch da gibt es doch immer wieder Studierende, die das nicht so regelmäßig machen. Und ich sage, dann sehe ich sie wieder ein Jahr später, wenn sie die Vorlesung wiederholen müssen, weil es dann nicht geklappt hat. Wir sind alle Professorinnen und Professoren in unserem Studiengang oder sogar in der ganzen Fakultät oder in der Hochschule bemühen uns sehr darum, dass unsere Studierenden einen erfolgreichen Abschluss bekommen. Ich sage mal, wir wollen sie loswerden. Am besten mit Abschluss und eigentlich auch möglichst schnell. Wir brauchen keine Langzeitstudenten, sondern am besten ist es, wenn sie sich an die Studienpläne halten. Und ja, dann geht das Studium auch recht glatt vonstatten. Das heißt, es gibt keine anderen Besonderheiten an ITV im Vergleich zu anderen Studiengängen? Ich denke, unsere Studierenden diskutieren gerne. Sie sind oft sehr extrovertiert. Aber direkt Anforderungen kann man, kann ich nicht sagen. Man muss, sagen wir mal, Menschen mögen, mit Menschen gut auskommen können. Dann Vertrieb ist People's Business. Ja, ich habe auf der anderen Seite Menschen sitzen und die persönliche Beziehung aufzubauen ist, glaube ich, da das A und O. Und ich kann auch sagen, ich habe immer noch zu, gerade jetzt, heute wieder eine Anfrage bekommen von einem früheren Kunden. Ich bin jetzt schon seit über zehn Jahren Professor hier in Aschaffenburg. Aber trotzdem hat er mich kontaktiert, weil er mit meinem früheren Unternehmen Schwierigkeiten hatte, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Und dann habe ich dort weitergeholfen, obwohl ich ja gar nicht mehr in diesem Unternehmen tätig bin. Also die persönliche Beziehung zu den Kunden ist sehr wichtig und die hat sich auch über Jahre, Jahrzehnte dann teilweise gehalten. Ja, so ist ja im Berufsleben dann auch. Also das lernt man ja von der Uni im Berufsleben genauso. Ja, und im Vertrieb vielleicht noch mehr. Denn ich bin im Vertrieb die Speerspitze des Unternehmens. Ja, ich bin der erste Kontakt und vielleicht auch der einzige Kontaktperson zum Kunden. Und ja, da muss man bestimmte, ja auch ein bestimmtes Auftreten haben. Aber dafür bilden wir aus. Ja, und das wird so oft geübt, dass Präsentation, Selbstbewusstsein, Auftreten, das klappt bei unseren Studierenden eigentlich sehr gut. Das kann gar nicht schief gehen. Das hoffe ich doch, ja. Selbst Studierende, die nicht ganz so gut im Studium zurechtgekommen sind, haben eigentlich alle einen guten Job gefunden. Wobei ich mich da manchmal wundere. Aber gut, das heißt, dass die Ausbildung doch sehr zielgerichtet dafür ausgelegt ist und das letztendlich immer gut klappt. Perfekt. Schön. Dann vielen Dank, Herr Döring, für das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich hier unseren Studiengang vorstellen konnte. Und auch mir hat Spaß gemacht. Und dann hoffe ich, dass viele diesen Podcast hören und dann auch in Aschaffenburg studieren. Und natürlich am besten in unserem Studiengang internationales technisches Vertriebsmanagement. Dann Dankeschön. Danke auch. Danke fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, viel Spaß mit den anderen Episoden. Danke an die Studierenden für Konzept und Stimmen. Und danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mehr Infos zur Hochschule findest du auf unserer Webseite www.th-ab.de. Bis bald!